Hallo und herzlich willkommen liebe Gamer zu unserem Let's Test Need for Speed die Beta zum Reboot. Es ist eine Closed Beta. Ich wurde dazu mit einigen anderen tausenden anderen eingeladen von EA an dieser Beta teilzunehmen. Und das machen wir auch. Ich habe das Spiel ja schon mal auf der Gamescom anzocken können. Wir sind hier im Menü und wir wollen das Ganze jetzt auch einmal beginnen. Generation Gamer Beta für alle die es jetzt noch nicht wussten, spätestens jetzt mitten im Bild, die ihr immer noch am linken Bildschirmrand jetzt immer noch erinnert, dass es eine Beta ist. Das bedeutet qualitativ muss es noch nicht dem Endprodukt entsprechen. Aber es geht schon mal um die Surfer Stabilität und auch um das Spielgefühl so im Großen und Ganzen. Und wir wollen uns das mal so ein bisschen näher anschauen. Und es lädt und es lädt und es lädt. Aber ich bin positiv gestimmt, dass es gleich losgeht. Und dann lasse ich die ersten Bilder mal so ein bisschen für sich stehen. Und würde mal sagen, willkommen zu Need for Speed. Und dann geht's. Und dann geht's. Ja, er ist Spike und er sieht uns dann im Club. Das haben wir soweit verstanden. Prelude. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hinfahren, so wie es aussieht. Okay, unsere abgewrackte Karre sieht jetzt noch nicht so wirklich gut aus. Damit starten wir also jetzt. Ja, wir werden unsere Augen offen halten, wenn wir hier durch die Stadt fahren. So, es ist noch 700 Meter bis zu unserem Ziel. Und die Grafik ist schon wirklich gut. Also das ist wirklich ein Punkt, den habe ich auch schon auf der Gamescom gesehen. Also grafisch hat das Spiel wirklich einiges auf dem Kasten. Ähm, was natürlich auffällt, sind wieder diese nassen Effekte. Pfützen auf der Straße. Das hat ja schon bei Need for Speed Most Wanted, dem... Der Neuauflage von Criterion Games war es ja genauso. Da haben sie auch zugegeben, dass sie extra diese Regeneffekte eingeführt haben. Weil es einfach grafisch imposant aussieht. Nicht, weil es einen spielerischen Mehrwert hat. Oder weil man unbedingt wollte, dass man hier ein paar Regenrennen hat. Nein, es sieht einfach nur geil aus. Und äh... Diesen Effekt, den wollte man wahrscheinlich auch im neuen Need for Speed. Sei es drum. So, wir fahren hier in die Garage. Und das ist schon mal das erste, was uns auffällt. Es gibt also Ladebildschirme, es gibt keinen flüssigen 1 zu 1 Übergang. Und ich würde sagen... Es ist nicht die Garage, sondern es ist natürlich der Club. In die wir fahren. Und ja, das ist jetzt so, wie es aussieht jetzt das Intro. Und äh... Das lassen wir jetzt auch mal so für sich stehen. Ja gut, jetzt werden natürlich die ganzen Persönlichkeiten hier vorgestellt. Äh... Klar, wenn man sie schon engagiert für so ein Spiel. Dann dürfte auch klar sein, dass sie genügend On-Air-Zeit bekommen. Hier haben wir übrigens keinen Block. Daher gehe ich mal davon aus, dass wir hier einige... Einige Spiel-Szenen, beziehungsweise Video-Sequenzen im Spiel zu sehen bekommen werden. Und da ist auch schon der unsere Spike. Yo, Brother! What's up, Digga, Digga! Und wir bekommen gerade die Nachricht von... Wer ist es? Swordman! Wow! Look at the Cat-Trak! Wer ist Bambi? Dieser Bambi hat einen 500-Foot-Drift durch die I-5-Intersektion durchgekehrt. Oh, wenn die Schäden sind... Oh, yo! Er hat so einen geilen Drift gemacht, Alter! Das hättest du sehen müssen! Ich bin schon seitdem, äh... Er ist immer in der Zeit, und das ist, warum du liebst. Ron! Viel Glück, versuchen wir zu halten. Trust me, Bambi, wir tun uns nur noch mal. Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Oh, ich liebe dich auch, Bambi! Travis! Yo! Ich möchte jemanden, dich zu treffen! Oh, ja? Ich erzähle, warum? Du solltest du gesehen, diesen Mann, Kontrollen, aus dem Haken! Wow! Du hast gesehen, die I-5-Speed-Racer hier! Die Wahrheit, Mann! Das ist ein Helmsmann. Du hast ein guter Zeit, um zu re-up. Es gibt ein paar Top-Grade-Talenten in der Stadt, der bereit ist, um die Geschichte zu machen. Serendipität, Bruder. Die Störte alignen. Kein ein guter Zeit, um ein Projekt zu starten. Also, was passiert unter diesem Ripp-Cage in hier? Es ist Zeit, um es zu erinnern. 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 Was ist Zeit, Mann? Bitte, bitte! Sie ist einfach außerhalb. Spike, wie gesagt. Ich habe Leute, keine Hoffnung, wenn ich bezahlen. Voller Preis für dieses Soep. Wirklich? Es ist so, oder? Es ist so. Wait. Wow, wow, I feel so much better now. I'm good for it, you know that. I mean, your dad's good for it. Easy, this jacket was like 1,200 bucks. Exactly, Mann. Loyal, Mann. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101, as far as she's concerned. Don't mean a thing if you ain't got that green. Er ist sehr poetisch und das ist auch wahr. Bereit, um ein paar Hauskolle zu machen? Komm schon, ich will dich in der Mitte treffen und wir geben dir die Tour. Und ja, aber jetzt sieht es aus, als dürften wir mal fahren. Und tatsächlich, wir fahren auch mal. Und jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Hier geht es jetzt in einem Sprintrennen darum, hier Checkpoints zu absolvieren und zu durchfahren. Das war jetzt der zweite. So, da sind wir auch schon in führender Position. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wo es hier wirklich lang geht. So, jetzt. Okay. Also, steuerungstechnisch gut getunt haben wir den Hobel jetzt hier noch nicht wirklich. Oh, verdammt. Kommen wir hier nochmal irgendwie runter? Wahrscheinlich nicht, jetzt müssen wir so umgehen. So, dann. Machen wir jetzt doch einfach mal. Hier nochmal ein kleiner U-Turn. Das ist auch schon der zehnte Checkpoint. Also, mit dem Sieg glaube ich wäre es jetzt nichts mehr, aber darum geht es jetzt auch nicht. Jetzt geht es einfach nur darum, unseren Leuten nochmal zu folgen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dann gleich in 300 Metern die nächste Sequenz sehen. Und, ähm, aber hey, ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, auf der Gamescom, da gab es eine 10-Minuten-Demo, da konnten wir eigentlich nur fahren. Da gab es überhaupt keine Zwischensequenz. Da ging es nur darum, um zu schauen, wie die Grafik von dem Spiel ist. Wie das Tuning ist. Und hier geht's weiter. Und da ist er wohl Papa Beer. No hug, man? Hey, I wouldn't want to snap that skinny frat boyfriend in hand. Oh, come on, little kid. Have some love. He's acting so Papa Beer. Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel. Name's Emmanuel. But apparently has too many syllables for these fools. No, call me Mann. Oh, strong grips, huh? Hey, this is Fred. Norwegian Hammer. Oh, endlich mal einer, der die Hand vernünftig gibt. Mal keine Bro-Fist. Und der Typ wird auch eigentlich von jeder Frau verprügelt. Ja, jetzt fahren wir mal ins Diner, so wie es aussieht. Ins Schnellf... Ins Schnellfood-Restaurant, wollte ich gerade sagen. Diner Dash. Der letzte, der bezahlt. Okay, wir dürfen wieder fahren, Leute. Wir dürfen fahren für 2,3 Kilometer. Bis zum Diner. Und ich glaube, dann geht es wieder weiter mit einer Katzsequenz. Aber hey, wir schauen uns das einfach mal an. So, ey, boah. Da wäre ich fast in den Gegendverkehr gerauscht. Hallo. Die Steuerung ist jetzt aber wirklich noch nicht so, dass es war. Sehr schwammig. Aber hey, das liegt wahrscheinlich noch daran, dass wir noch nichts Wudi an diesem Auto gemacht haben. Also auch die Fahrzeughöhe, das Fahrwerk selbst. Alles noch sehr OEM, also sehr Standard-mäßig, Original-Serie. Aber okay. That's it. Damit müssen wir jetzt also leben. Sind wir halt die letzten am Diner. Wir sind ja... Wir haben ja die Spendierhosen an. Spendieren wir denen einen Burger oder was auch immer es da gibt. So, 300 Meter, dann sind wir da. Und dann gibt es erst mal was zu futtern. Und da sind wir auch schon wieder. Ja. Yo, Brofist! Bitches! Oh Gott. Also ich weiß nicht, wie viele gefühlte hunderte Mal man sich hier die Brofist gibt. Dieses Möchtegern-Gangster-Getue, ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, wieso man hier wie so ein Klientel aufarbeitet von EA. Kann man das nicht vernünftig machen? Jetzt kriegen wir hier einen Anruf von Amy. Ich wusste dir, ich hörte ein paar Weirden aus dem Fahrrad. Oder vielleicht mit Spikes. Hm, ja, vielleicht mit Spikes. Whatever. Ich bin in der Garage. Komm bei. Du kannst dich aufsetzen. Mach was, was braucht. Okay, später Amigo. Okay, sie ist also in der Garage. Schauen wir doch mal vorbei. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also dieses... Yo, Bro! Motherfucker! Bitches! Ich hab keine Ahnung, warum man hier wieder so einen Mist verzapft. Die Darsteller sind alle körperlich. Vom Alter her, würde ich mal behaupten, von Anfang Mitte 20 bis Anfang Mitte 40. Geistiges Alter ist aber irgendwo so zwischen 15 und 18, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss, um die jüngere Zielgemeinde damit zu erreichen. Kann man das nicht auch irgendwie anders regeln? Ich meine, letztendlich sind wir der namenlose Held. Wir staunen das Ganze aus der Ich-Perspektive. Ich bin ehrlich, ich kann mich damit nicht wirklich identifizieren. Das ist nicht so wirklich meine Welt. Ich kann mich wirklich nur ganz schwer in diese Rolle hineinversetzen, Teil dieser Crew zu sein. Weil das bin ich einfach nicht. Und... Ja. Ich ahne auch ehrlich gesagt schon Schlimmes. Ich meine, das ist jetzt nur die Beta. Aber ich denke mal, wir werden nachher wirklich viele Cut-Sequenzen sehen. Ansonsten hätte es auch keinen Sinn gemacht. Ich meine, EA hat auch nichts zu verschenken. Die werden mit Sicherheit keine Darsteller einstellen. Um denen nachher nur 5 oder 6 Minuten Video-Zeit zu gewährleisten. Äh... Das wird schon irgendwo auch auf dieser ganzen Thematik aufbauen. Und dementsprechend... Oft werden wir mit Sicherheit auch Ladebildschirme sehen. Wir werden mit Sicherheit auch solche Sequenzen sehen. Wir sind in der Zwischenzeit im Übrigen jetzt mal bei der Garage angekommen. Wo uns ja Amy eingeladen hat, sie wäre in der Garage. Wir sollen mal vorbeikommen. Das haben wir gemacht. Nach 3 Kilometern Fahrzeit dürfte es also jetzt einmal wieder Zeit sein für eine kleine Cut-Sequenz. Ja, da sind wir auch schon. Ich kann es hören, Sie krippenen da. Ja. Touch meine Playlist und sterben. Oh. Hey. Travis hat erwähnt, dass du ein paar Autos selbst arbeitest. Also... Das ist cool. Äh... Okay. Ein Haus-Roll. Use whatever Tool you want. Honestly. Just put them back, where you found them. Other than that... Knock yourself out. Äh... Oh, this is my latest obsession. Here. So. Ihr neuester Stolz. Ja, das hört sich schon ganz nett an. This... is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Knock-A-San to see, before he leaves the city. Props from an artist like him, could really put this shop on the map, you know? Okay, well, I'm done. I'm gonna head out. Maybe catch Spike. Uh... Oh. Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk... with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa. You're starting to sound like Travis. Okay. I'm gone. I'm out. Um... Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and um... Put the tools back. Yo, Brofist! Wait a minute. Bitches! Yeah. 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 Wir tunen die Karre einfach mal und wir packen auch die Werkzeuge wieder dahin, wo wir sie gefunden haben. Wenn wir sie auch irgendwo in der Ecke gefunden haben, dann packen wir sie auch wieder zurück in die Ecke. Das sollte kein Problem sein. So, jetzt holen wir uns erstmal eine schöne Karbonhaube. Oh, das sieht doch schon mal ganz nice aus, finde ich, oder? Komm, das nehmen wir mal. Ja, das nehmen wir. So, und das ist, wie ich finde, das haben wir auch schon auf der Gamescom ausgiebig nicht, aber auf immerhin schon mal testen können, auch wenn das zeitlich beschränkt war. Trotzdem, vom Ersteindruck her würde ich sagen, ist das nach wie vor der stärkste Part des Spiels. Das Tuning, das macht wirklich Spaß, denn es motiviert, all diese Teile freizuspielen. Wenn ich mich zurückerinnere an Underground und Underground 2, wie viele Tuning-Teile es gab und was auch die Entwickler von Ghost Games hier versprechen, wie viele Parts es wirklich individuell für jedes Fahrzeug geben wird. Man muss sich das nur mal alleine auf der Zunge zergehen lassen. Die haben wirklich von den Autos, so wie wir sie hier sehen, im Original die Teile wirklich nachgebaut, um zu sehen, wie es in Natur aussieht, ob es passt, ob es realistisch ist, um sich überhaupt davon ein reales Bild zu machen. Das ist schon wirklich, die haben wirklich keine Kosten und Mühe geschaut, also das ist schon wirklich toll und das Tuning ist wirklich eine Stärke des Spiels und das gefällt mir. Denn hier sind wirklich keine Grenzen gesetzt, egal ob wir jetzt schwarze Felgen haben möchten oder irgendeine Mischfarbe da oben in der Farbpalette uns aussuchen möchten. Die Felgengröße, die Reifenbreite, das Bodykit selbst, Spurverbreiterung, von den Diffusoren hinten, der Schürze, das Auspuffblenden, Rückleuchten, Scheibe, Lufthutzen, Sportspiegel, extra Flaps, also solche kleinen Flügel noch extra unten am Spoiler. Von der Optik her gibt es schon so viele Möglichkeiten und dann geht es nochmal ins Eingemachte. Dann sind wir hier zum Beispiel, egal ob es dann das Nitro System ist, die Handbremse, die normalen Bremsen, die Stubbys, das Dom, das Domlager, das Fahrwerk. Du kannst dir wirklich alles einstellen, das ist wirklich toll gemacht, es ist wirklich umfangreich und es wird nicht langweilig. Vor allem wenn man als Autofan, Motorsportfan, wenn man da so ein bisschen ein Interesse für hat. Hier haben wir zum Beispiel Luftfilter, Sportluftfilter. Oben sehen wir im Übrigen in der Leiste von 0 bis 100, Viertelmeile Top Speed. Da sehen wir dann, wenn der Pfeil nach oben geht, grün, dann sehen wir, wo es sich verbessert oder rot, wo es sich wieder verschlechtert. Da hat man halt dann so leichte Anhaltspunkte dafür, in was für eine Richtung sich das Ganze dann entwickelt oder auswirkt, wenn man es kauft und einsetzt. Das kennt man auch schon aus älteren Nitro Speed-Teilen, zuletzt dann halt auch aus der Underground-Reihe. Das ist toll, das finde ich ziemlich cool und das macht auch Spaß. Und ich finde auch so dieses typische bei Nacht-Rennen, auch die Grafik ist sehr gut gelungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so dieses typische Underground-Feeling wieder einfängt. So, Spike lädt uns hier erstmal wieder zu einem Rennen ein. So, wir haben uns jetzt wieder kurzfristig mit dem Tuning befasst. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt aber mal die Garage und fahren wieder raus. So, wieder Ladebildschirmen. Was ich auch ziemlich awesome finde, ist, dass man mitten im Spiel immer noch sieht, jetzt oben im Bildschirm, unter Pre-Release-Beta-Software ist immer noch als eine Art Wasserzeichen-Beta-Generation-Gamer eingeblendet. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Vielleicht will uns EA einfach nur daran nennen, dass es immer noch eine Beta ist. Ich weiß, dass das eine Beta ist. Ihr wisst es auch. Und ich würde sagen, ich mache für heute erstmal Schluss. Ich werde nochmal den zweiten Part raushauen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Stunden spielen. Und dann werde ich nochmal so eine Art Fazit mit euch machen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bin der Generation Gamer G6. Ich talk jetzt noch ein bisschen Need for Speed die Beta. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.